also tun wir jetzt mal ein atom um ändern offen y ein atom mal umbauen zu einem y das da das müsste glaube ich hinhauen dann gibt es hier noch buchstaben das da das ist der strich das ist ein u ok gibt es hier noch irgendwo würfel hier am boden das ist das was im klavier zimmer auch ist und hier haben wir endlich unser f da bin ich jetzt gleich gespannt was das noch mal für ein buchstabe ist trinken so jetzt haben wir ein kleines erfolgs erlebnis das macht ja richtig spaß also make sure to break us are off denn in the house to see you come left is on and right das ist ein f ein g irgendwo ist ein f ein g da ist ja witzig i don't know why it's punkt nach unten ist ein j just really bad first make sure breakers are off in this order turn c on click a and a b was kann das wort sein mit dem großen a und den großen b davor e and b the turn c back of leslie last erstwürfel was erstwürfel schnur du darfst auch ganze sätze schreiben haus wasser left is on and right is off dann ist ein f ist ein g ein f muss ein g sein irgendwo ist ein also wir haben hier noch einwürfel das weiß ich aber ist denn hier noch irgendwo eins versteckt das weiß ich dann hier aus der zeit und gleich mehr aus ja nicht allen ernst und das hat mir jetzt sehr viel gebracht protection ist ein p okay dann ist diese strich ein p und da fehlt echt schon die hälfte warum kommt denn die hälfte nicht an das ist ja witzig weil der das raus löscht kann das sein schön dass ich denn beschissen sind hat habe ich mir echt am überlegen dass ich den einen kanal wirklich jetzt lösche nur wegen meine gebannten wörter steht aber nichts da der schmeißt es raus deswegen spaß machte schon noch doch doch ist nur eine knifftige sache und ich dachte ich wäre nach zwei stunden fertig aber nö dabei dass das löscht da hast du absolut recht genoah okay das eine ist mein p company town provide this so okay ist das schon mal ein p cool dann haben wir trotzdem noch bei einem einen kleinen wurm drin wie gesagt ich habe schon das sind 13.000 wörter und er löscht wir auch nicht mehr alle wörter die ich da drin habe und da muss ich wirklich gucken wie ich das hinbekommen weit das ein f habe ich verkackt ja genau dann f muss ich in ein g ändern und dann hätte ich alles und ein j müsste ich noch finden das fehlt mir noch das ist ein strich mit unten einem punkt wir könnten jetzt schon weiter gehen aber das wäre cool wenn wir der buchstabe nachher richtig haben nicht dass wir später nämlich probleme bekommen strich nach unten ist dann j aber ich weiß nicht ob ich diesen würfel überhaupt finde jetzt mal dieses eine f noch ändern eine f noch ändern da vielleicht dahinter nein wo gibt es denn hier noch ein f was total für auch schon link y abc link y abc das da da tun wir das mal in ein g einnahmen wo wäre denn sonst noch ein f mir fehlt auch ein ein würfel kreis nach unten keine ahnung kreis nach unten auf wohl nicht auf ist hier vielleicht irgendwo noch ein wurfel oder kreis nach unten ich bin mir das mal in einem anderen raum So war das das Richtige Nein Nein, das war das Falsche Nochmal zurück Das ändern und dann müssen wir noch irgendwo mal ein anderes F finden Was ist mit dir eigentlich, das ist ein Punkt Also jetzt hat er schon aufgeschrieben und das finde ich nicht Ein Tee und unten ein Punkt Jetzt gehen wir noch hier, vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Würfel 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1 Oh, jetzt haben wir einen Schlüssel dazu Okay, cool Gibt es hier denn noch was drin? Nö Okay So, das braucht jetzt eine halbe Stunde wieder, bis wir den Schlüssel haben Hey, den Schlüssel will ich aber wieder Hey, bleib hier Ja Kommst mir nicht weg Oh, cool Okay Okay Rennen story Ideal notes Genau Back mich mal Back dich mal schnell fest Kriegen wir irgendwo Wasser her Ja Sonst wäre hier auch kein Würfel nochmal, oder? Ja Nein Was haben wir hier? Ein Bild Schön, das war jetzt einfach nur ein Raum, oder? Nein, da ist auch nichts War da nicht noch eine Tür? Ja Mitnehmen Aufmachen Aufmachen Cool Ah, das sieht nach Wasser aus Sehr gut Sehr gut Mission, Wasser geholt Gibt es hier noch das Dieses eine Zeichen Kreis Nach unten Strich Nö Nö Okay, gut Keine Ahnung Aber der Würfel wäre echt cool, wenn wir den einen noch finden würden Hm Tun wir erstmal die Blümchen machen Ah, die Blümchen waren hinten Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin So Bla 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 First make sure all the breakers are off Okay Then in this order Turn C on Jetzt tue ich das Malbuch von meinem Sohn mal ein bisschen verkritzeln Danke David C an A Und B Dann C aus Und E An So Woher weiß ich denn was aus ist und was an ist C an Dann A und B Dann C aus Und dann E an Hallo Okay 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 Jetzt wässern wir mal das Zeug Ja Auf die Blümchen drauf Hier So Jetzt muss ich kurz nochmal Discord gucken Ja alles okay So Jetzt gehen wir mal ein bisschen schlafen Und rennen mal zum Aufzug Okay 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 Der rechte sieht ein bisschen am Arsch aus Und der Der hier geht War's das? War's das? Bitte Das war's bitte Okay Süß mit den Blumen Echt schön gemacht Ja Gut Zumindest Sind wir mal jetzt weiter Okay Ähm Wollte ich gerade sagen Müssen wir noch die Treppe runter oder? Wow Oh Gott Da sind die überall Büsten Hallo du Okay Dich kann ich aufnehmen Das ist ja schon mal nicht so 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 schlecht Cool Ich glaube es ist falsch fertig Okay Schade Royal Stories Wirklich Total Mega Dank Für das Spiel Aber das nächste Mal Vielleicht ein bisschen einfacher So Mario Kart Oder sowas Das wäre echt ganz lieb von dir Was kann ich mit denen jetzt anfangen? Kann ich die tauschen? Kriege ich dich da wieder raus? Ach du Scheiße Oh Gott Ähm Ähm Okay War doch einfach Ich bring dich gleich um Stehen So Angie Ähm Ah das Wasser geht hoch Und dann kann man die Ja Also Ja Jetzt fehlt mir aber noch was Was kann ich noch reinschmeißen? Was kann ich denn noch reinschmeißen? Ah da ist noch eine Büste Aber es schwappt jetzt nicht rüber Das mit dem Klavier haben wir auch nicht gebacken bekommen Eimer 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 Och endlich Och nein du Depp Ich sollte mir echt eine neue Maus kaufen Das fällt mir auch so oft mit anderen Spielen ein Gieße Jutta Wo können wir uns jetzt schlafen legen? Wie schläft der? Ohne Unterkörper? So Wenn du in dieser Gestalt Ist dann gleich links in die Tür rein Okay Lauf Was ist das hier? Was geht hier noch? Och krass Oh Gott Oh Gott Das ist ja voll eklig Ja Okay Oh das haben sie cool gemacht Das ist auch nicht schlecht Du bist jetzt noch mal müde Ich kann auch durch die Tür gehen Und das ist okay Okay Legen wir uns halt noch mal hin Was passiert jetzt? Oh Kann ich hier laufen? Oh ich kann hier laufen Boah das Gras ist ein wunderschön grün Boah das Gras ist ein wunderschön grün Und die Blätter haben sie auch perfekt gemacht Boah das Gras ist ein wunderschön grün 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 POLA Okay Brutal Wenn man das nicht so ganz raff spielt, wo was zu tun ist, auch mit dem Eimer und Wasser und dass der Licht braucht für seine Axt und alles mögliche. Das mit dem Buchstaben war sehr 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 knifflig und wir haben auch nicht alle Würfel da nachher gefunden Was man mit einem Klavier anstellen kann, vielleicht noch ein Easter Egg rausziehen oder sowas, aber ich muss sagen im Großen und Ganzen war das ein sehr sehr nettes Spiel Und ja, danke an euch zwei, Warrior Stories und Dragon Rise, weil, also, ohne Hilfe, Tipps, vergieß es Da wäre ich glaube ich auch nie so weit gekommen Weil das ist dann echt ein bisschen gemein Schön, danke nochmal für das Spiel, war jetzt echt cool, ich habe es auch aufgenommen Dann kann ich das dann mal gegebener Zeit auf YouTube dann hochladen und vielleicht auch anderen helfen, wie man es durchspielt Genau, ich sage danke Und, ähm, tja, für Twitch geht es jetzt noch weiter, ich spiele noch ein bisschen Northgard Aber, äh, das Spiel ist dann ein bisschen einfacher, für mich geeignet Also wenn ihr mir Spiele schenkt, ein bisschen einfacher, ein bisschen einfacher, nur müh Wahnsinn Okay, cool, dann, bis dann, ciao, ciao Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018